Sprüche 27, Vers 1. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein Tag gebiert. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch schon mal gedacht hat oder gesagt hat, ich rühme mich des morgigen Tages. Hat bestimmt noch keiner von euch gemacht, ne? Dann seid ihr ja alle fein raus, ihr habt das befolgt, was hier steht. So, es hängt aber nicht am Wortlaut. Wisst ihr, wir machen das, ohne dass uns das klar ist. Lass uns mal Jakobus 4, Vers 13 aufschlagen. Im Neuen Testament, Jakobus greift diesen Vers auf und erklärt uns das Ganze etwas. Jakobus 4, Vers 13. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Es ist erstmal hart, das zu hören. Du bist ein Dampf. Weiß nicht, ob der das mal wieder gesagt hat. Du bist ein Hansdampf in allen Gassen. Dampf. Du hast einen Kessel oder einen Topf mit heißem Wasser auf dem Herd stehen. Das kocht. Und dann steigt der Dampf auf. Und dann stellst du die Hitze ab und nimmst das kochende Wasser von dem Herd. Was passiert? Weg ist der Dampf. Ganz schnell. Ist er nicht mal da. So sind wir. So sind wir Menschen. Wisst ihr, wir sind so oft in unserem Denken, in unserer Herzenseinstellung, denken wir falsch über uns selbst. Wir denken, wir leben ewig. So wie es jetzt ist, wird es immer sein. Aber du weißt nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, ob du morgen überhaupt leben wirst. Ob wenn du heute Abend einschläfst, du morgen wieder aufwachen wirst. Das weißt du gar nicht. Du hast es auch gar nicht im Griff. Und darum geht es hier. Es geht hier darum, dass Menschen ihre Pläne machen und sich rühmen, also stolz sind, sich freuen, irgendwie dieses erhabene Gefühl haben. Ja, morgen werde ich das und das tun. Morgen werde ich diesen wunderbaren Arbeitsvertrag, den ich ausgehandelt habe, unterschreiben. Morgen werde ich den Kaufvertrag für dieses wunderbare Auto unterschreiben. Und dann ist es meins. Ja, meins. Und dann werde ich es genießen. Ja, in einer Woche. Wir haben ihn ja gebucht, unseren Urlaub. Wir werden in diesen wunderbaren Urlaub fliegen. Drei Wochen Malediven. Und du weißt nicht, ob du den morgigen Tag überhaupt erleben wirst. Jakobus rät dazu, zu sagen, wenn der Herr will. Wenn Gott es will, dann werden wir leben. Wenn er es nicht will, dann werden wir nicht leben. Mein Leben ist abhängig von dem, was Gott will, nicht was ich will. Der, der so spricht, der weiß, ich habe mein Leben selbst nicht in der Hand. Es gibt einen Herrn über mein Leben. Nicht ich selbst bin der Herr meines Lebens, sondern ein anderer. Und von ihm bin ich abhängig. Und dieses Reden, das drückt es dann aus. Ja, ich weiß, dass ich abhängig bin von Gott. Mein Leben liegt in seiner Hand. Ob ich leben werde morgen, das ist seine Sache. Und ob diese Dinge, die ich geplant habe, diese wunderbaren Dinge, auf die ich mich freue, wo ich denke, ja, das habe ich geschafft, das habe ich. Ich habe es noch gar nicht. Und wisst ihr selbst, die Dinge, die wir schon haben, derer wir uns rühmen, wie gesagt, wir würden das nicht so ausdrücken, aber auf die wir stolz sind, denen wir alles erinnern. Also guck dir mal an, was ich hier habe. Was ich für einen tollen Job habe. Guck dir an, was ich für eine tolle Familie habe. Guck dir an, was ich für ein tolles Haus habe. Guck dir an, was ich für ein tolles Auto habe. Guck dir an, wie gesund und munter ich bin. Ja, manchmal sind wir auf diese Dinge stolz oder freuen uns daran, sind so richtig, haha, das habe ich. Weil wisst ihr, all diese Dinge haben wir nicht. Paulus sagt, was rühmst du dich der Dinge, die du hast, als ob du sie nicht empfangen hättest. All das, was wir haben, haben wir empfangen. Sind beschenkt worden. Du hast es nicht gemacht, dass du so gesund und munter bist, wie du jetzt bist. Du hast das nicht gemacht. Ja, du wirst mir dann sagen, ja, ich bemühe mich aber immer um eine gesunde Lebensweise. Das ist schon mein Verdienst. Oder, dass ich so einen guten Job habe. Das liegt daran, weil ich so hart und fleißig immer gearbeitet habe. Das ist schon mein Verdienst. Was erzählst du da, Jörg? Aber wer hat es dir mitgegeben in deinem Leben, dass du fleißig arbeitest? Hast du das aus dir selbst heraus? Oder hast du es gelernt? Hast du es empfangen? Und dass du Kraft hast, fleißig zu arbeiten, die Kraft in deinem Körper, hast du dir die selbst gemacht? Oder hat Gott dir die gegeben? Klar, wir können Dinge tun, um die guten Gaben Gottes zu entwickeln, zu entfalten. Oder wir können Dinge tun, die daran hindern, die guten Dinge, die Gott uns mitgegeben hat, dass sie sich entfalten. Aber alles, was ich habe, alles, was ich bin, ich habe es empfangen. Ich habe mich nicht selbst gemacht. Gott hat mich gemacht. Er wollte, dass ich da bin. Wenn irgendwas gut in meinem Leben ist, dann kommt es von Gott. So sagt Jakobus es auch. Ein bisschen früher hier in seinem Brief. Er sagt, alle gute Gabe kommt vom Vater der Lichter. Vom Vater des Lichts. Deswegen gebührt ihm die Ehre dafür. Deswegen singen wir Halleluja. Und nicht Halleluja. All dieses Rühmen ist böse, ist arrogant, überheblich, anmaßend. Wir haben kein Bewusstsein von uns selbst, wer wir eigentlich sind. Jakobus bringt uns wieder auf den Teppich runter und sagt, du bist ein Dampf. Mehr nicht. Alles, was du hast, das hast du empfangen. Deswegen kannst du Gott darüber preisen. Ihn anbeten. Ihm Dank sagen. Dich an ihm freuen. Und jetzt wird es noch interessanter. Er sagt uns in 1. Korinther 1, da spricht Paulus darüber, dass in der Gemeinde nicht so viele helle Köpfe sind. Auch das hören wir nicht so gerne. Also, wir sind ein Dampf, wir sind hier alle so luschen. Ja, toll. Super Sache. Ja, steht hier aber. 1. Korinther 1, Vers 26. Denn seht eure Berufung, Geschwister, dass es nicht viele weise nach dem Fleisch, nicht viele mächtige, nicht viele edle sind. Er sagt später, ja, die ihr Jesus empfangen habt, die ihr Kinder Gottes seid, ihr seid sehr wohl. Ich will nicht. Vielen Dank. Der Rühme sich des Herrn. Es gibt eine Sache, derer du dich rühmen kannst, auf die du stolz sein kannst, über die du froh und dankbar sein kannst, wo du sagen kannst, ja, das habe ich. Was ist das? Das ist der Herr selbst. Und das ist die einzige Sache, die uns niemals mehr genommen werden kann. Wisst ihr, alles was wir haben, worauf wir so stolz sein können, unsere Gesundheit, unsere Klugheit, unsere Weisheit, unsere Stärke, all das ist vergänglich. Wisst ihr, wenn da so ein kluger Kopf, ein wirklich brillanter Geist nach den Maßstäben dieser Welt, ein Professor, Doktor so und so. Wenn es ihn ereilt und er die Alzheimerkrankheit bekommt, was passiert nach einer kurzen Zeit? Er kann sich nicht mehr die Schuhe zu binden. Weiß nicht mehr, wie er heißt. Es ist alles vergänglich. Wenn du dich dessen rühmst, bist du ein Narr, weil du dich Dinge rühmst, die du nicht besitzt, sondern die vergänglich sind. Heute rühmst du dich drüber und morgen sind sie dir alle genommen. Auch deine Reichtümer, dein dickes Sparkonto. Du denkst, ja, das habe ich, mein Aktienfonds. Damit werde ich eine schöne Rente haben. Und morgen bricht der ganze Aktienmarkt zusammen und du hast nichts mehr von all dem. Nichts, nichts kannst du dich rühmen. Aber eine Sache, derer kannst du dich rühmen. Ich habe den Herrn. Ich habe Gott. Er ist mein und ich bin sein. Und das wird niemals aufhören. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wenn wir aber Gott ausblenden aus unserer Betrachtung unseres Lebens und uns festmachen an den Dingen, die wir haben oder die wir meinen, morgen bekommen zu können, dann sind wir unsere eigenen Herren. Auch wenn wir uns Christen nennen und schön sonntags zum Gottesdienst gehen und fromme Lieder singen. Und nur diesen Spruch im Munde zu führen, ja, wenn der Herr will und wir morgen noch leben und er erlaubt, dass wir dies und das tun, dann werden wir das machen. Wisst ihr, das kann auch eine furchtbar fromme Floskel sein. Gott sieht aber ins Herz. Er weiß, ob wir ehrlich, von Herzen demütig sind und wissen, dass wir ein Dampf sind und dass wir nichts ohne ihn tun können. Und er weiß, ob wir, wenn wir ihn loben und Halleluja singen, es von Herzen meinen, gelobt sei Gott, weil er ist der Ewige und er hat sich mir geschenkt, mir Dampf. Er hat sich für mich hingegeben, für mich Trottel, für mich Sünder, damit ich in einer ewigen Liebesgemeinschaft mit ihm leben darf. Was für ein herrlicher, wunderbarer Gott. Ich darf ihn besitzen, ich darf ihn haben und er hat mich und hält mich fest in Ewigkeit. Das ist ein Grund, sich zu rühmen. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wisst ihr, und es gibt auch eine negative Form des sich Rühmens. Wisst ihr, wenn ich mich brüste dessen, was ich morgen alles machen werde und erreichen werde, dann gibt es eine negative Form, die genauso übel ist, weil sie genau denselben Ursprung hat. Nämlich die Anmaßung und Selbstüberhebung und Gottlosigkeit meines Fleisches, wenn ich mir Sorgen mache. Wenn ich Sorgen wälze, was wird morgen sein? Wie werde ich das alles schaffen? Du schaffst es nicht. Du wirst es nicht schaffen. Es sei denn, Gott hilft dir. Du wirst es nicht schaffen, denn du weißt gar nicht, ob du morgen aufstehen wirst. Dass du morgen aufstehst aus dem Bett, hast du deinem Gott zu verdanken. Dass du morgen Kraft hast, irgendwas anzupacken, hast du deinem Gott zu verdanken. Und dass du diese Not bewältigst, ja es wird Gott sein, der dir hilft und der dir wunderbar durchhilft und dich herausrettet aus dieser Not, die auf dich zukommt. Deswegen sagt Gott, mach dir keine Sorgen um morgen. Wisst ihr, Sorgen machen ist nur eine negative Form des sich Rühmens, des morgigen Tages. Als ob ich es in der Hand hätte, meine Probleme morgen zu lösen. Ich brauche Gottes Hilfe. Ich brauche seinen Atem, seinen Lebensatem, sonst kann ich gar nichts bewältigen. Nichts, was ich bin, habe ich, sondern es ist mir geschenkt. Wisst ihr, und deswegen ist Sorgen machen, ich bin jetzt mal hart, Geschwister, sorry, dass ich jetzt mal hart bin. Sorgen machen ist Sünde. Wisst ihr, wir tendieren dazu, einen armen, belasteten Menschen, der Not hat und sich Sorgen macht, zu bedauern und zu bemitleiden. Und sagen, ach du Armer, ja ich verstehe, dass du solche großen Sorgen hast. Ja, das ist ja auch wirklich schlimm mit deinem Leben. Ja, das ist so. Wir sollen auch Mitgefühl haben, mit dem der leidet, Geschwister, versteht mich nicht falsch. Aber in der Sorge zu verharren und nicht auf Gott zu vertrauen ist Sünde. Da rühmt sich einer, nämlich des morgigen Tages, als ob er selber dafür verantwortlich wäre, seine Not zu beseitigen. Nein, Gott ist unser Gott und er ist dein liebender Vater und er hat gesagt, ich will für dich sorgen. Kümmer du dich bitte darum, mitzuarbeiten an meinem Reich. Und selbst in der Mitarbeit an meinem Reich bist du nicht der Verantwortliche, sondern es ist mein Reich. Und auch da gebe ich dir alles, was du brauchst, um mitzuarbeiten. Aber sorge dich nicht, sondern wirf deine Sorge auf mich. Ich will für dich sorgen. Wir gehen zurück in Sprüche 27. Es geht weiter mit dem Rühmen. Oh je, heute ist wenig Zeit. Es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund, ein fremder und nicht deine Lippen. Völlig entgegengesetzt zu dem Geist dieser Welt, gerade auch in der freien Wirtschaft. Du musst von dir selber reden. Du musst allen zeigen, was für ein dufte Kerl du bist, damit du entsprechend dein Gehalt auch kriegst. Oder deine Gehaltsforderung durchsetzt. Oder was weiß ich. Du musst zeigen, dass du gut bist. Dann kriegst du auch den Job. Die wollen die selbstbewussten, ehrgeizigen, großsprecherischen Typen haben. Gott sagt etwas anderes. Rühme dich nicht selbst. Sondern ein anderer soll dich rühmen. Nicht dein eigener Mund, ein fremder und nicht deine Lippen. Es gibt ein deutsches Sprichwort. Eigenlob stinkt. Eigenlob stinkt in Gottes Nase. Ich habe irgendwo bei einem Amerikaner interessanterweise gesehen, dass es anscheinend auch eine Fortsetzung dieses Sprichworts gibt. Eigenlob stinkt. Freundeslob hinkt. Fremdeslob klingt. Also wenn ein Fremder, der dich nicht kennt, der nicht irgendwie mit dir verbunden ist, ein lobendes Wort über dich erwähnt. Oder vielleicht sogar ein Feind, der dir übelgesinnt ist, etwas Positives zu dir zu sagen hat. Ja, da mag da wirklich was dran sein, oder? Aber wenn ein Freund dich lobt, naja, ist ja auch dein Freund, was soll er Schlechtes über dich sagen? Mag dich ja. Wird doch nichts Schlechtes erzählen. Also, lass uns den Mund halten über uns selbst. Jesus hat das uns vorgemacht. Er hat Menschen geheilt und hat ihnen gesagt, rede nicht drüber. Er hat keinen Self-Promotion gemacht. Und er sagt, mach es auch so. Und wisst ihr, das ist ein Schritt im Vertrauen. Gerade wenn der Zeitgeist genau andersrum ist. Zu sagen, nein, ich mache es so wie Jesus. Auch wenn die alle sagen, hey, das ist verrückt, das ist bescheuert, das solltest du nicht so machen. Dadurch verkaufst du dich unter Wert. Nein. Ich weiß, dass mein Herr für mich sorgen wird und ich gehe seinen Weg. Ich mache es so, wie er mich lehrt. Schlicht und einfach. Und Gott wird dich loben. Guck mal, Jesus hat gesagt, wenn du Almosen gibst, dann soll die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. So, dass dein Lob nicht von Menschen kommt, sondern vom Herrn. Deswegen, dieser blöde Spruch, tu Gutes und rede darüber, ist ja eigentlich auch nur die Verballhornung eines alten Sprichwortes, das sagt, tu Gutes und rede nicht darüber. Aber so wird das heute umgedreht. Gut wird böse, böse wird gut. Gut. Wir gehen weiter hier in den Sprüchen. Schwer ist der Stein und eine Last ist der Sand. Aber der Ärger über einen Narren ist schwerer als beide. Wisst ihr, ein Narr, ein Mensch, der sich gottlos verhält, der sich des morgigen Tages rühmt, der sich, sei es, dass er rumprotzt oder dass er sich Sorgen macht, jemand, der auch voll des Lobes von sich selber ist, der ist eine Last. Der ist es belastend, so ein Mensch. Wenn du so drauf bist, du belastest andere. Das wiegt schwerer, als wenn du so einen Sack Sand tragen musst. Grausam ist der Grimm und überflutend der Zorn. Wer aber kann bestehen vor der Eifersucht? Was Menschen im Grimm, im Zorn tun, ist böse. Der Zorn eines Mannes tut nichts Gutes, sagt der Kobus. So viel Unheil, was Menschen im Zorn angerichtet haben. Und Zorn hat meistens seinen Ursprung darin, dass wir die Beherrschung verlieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben die Dinge nicht mehr unter Kontrolle und versuchen mit Gewalt. Wir werden laut, wir schreien rum, wir schlagen zu, um die Dinge wieder unter Kontrolle zu kriegen. Aber meistens bewirken wir das Gegenteil. Die Sache wird nur noch schlimmer dadurch. Was lehrt uns unser Gott? Er sagt, hey, du hast die Sachen sowieso nicht unter Kontrolle. Du bist nur ein Dampf. Du hast nichts unter Kontrolle. Ich bin der Herr. Und wenn du spürst, dass alles aus den Bahnen läuft und du nicht mehr die Kontrolle, dann wende dich doch zu mir. Ich habe alles unter Kontrolle. Aber werde nicht zornig. Aber dann, was noch schlimmer ist, als Grimm und Zorn, ist die Eifersucht. Wer kann bestehen vor der Eifersucht? Ich fand es interessant. In Deutschland werden nicht so viele Menschen ermordet oder getötet. Ich meine jetzt mal außerhalb von dem Schlimmen, was in unserer deutschen Gesellschaft leider doch auch gang und gäbe ist, dass so viele Kinder im Mutterleib getötet werden. Aber außerdem gibt es gar nicht so viel Mord und Totschlag in Deutschland. Und ein Sechstel dieser Morde und Totschläge, die werden verübt als Beziehungstaten. Und insgesamt sind Frauen, was Mord und Totschlag angeht, weniger stark betroffen wie Männer. Nur halb so viel. Also die Frauen haben es gut hier unter uns. Die können statistisch weniger häufig Opfer eines Mordes oder eines Totschlags werden als Männer. Ja, das sind Statistiken, das ist natürlich idiotisch. Aber ist tatsächlich so, Frauen werden weniger oft umgebracht. Aber von den Frauen, die getötet werden, es ist fast die Hälfte der Frauen, werden von ihrem Ex-Partner umgebracht. Aus Eifersucht. Schlimm ist die Eifersucht. Und der größte Mord der Geschichte ist aus Eifersucht geschehen. Pilatus sagt, Matthäus 27, Vers 18, sagt er, heißt es, Pilatus wusste, dass ihn aus Eifersucht, aus Neid überantwortet hatten. Jesus wurde hingerichtet, wurde getötet, nicht weil er etwas Böses getan hatte oder weil irgendwer zornig auf ihn war. Nein, weil da jemand eifersüchtig war. Weil er die Menschen angezogen hat und der Einfluss der hohe Priester nachgelassen hatte. Und deswegen musste er verschwinden. Das ist Eifersucht. Und die Eifersucht, der Neid hat seinen Ursprung darin, dass wir nicht reich sind durch den Herrn. Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wer den Herrn hat, der braucht nicht eifersüchtig oder neidisch auf irgendwen zu sein. Wenn du den Herrn hast, dann hast du alles. Besser offene Rüge als verborgen gehaltene Liebe. Treu gemein sind die Schläge dessen, der liebt aber überreichlich die Küsse des Hassers. Geschwister, Liebe zeigt sich nicht unbedingt darin, dass man immer lieb ist. Sondern Liebe zeigt sich darin, dass man um das Wohl des anderen besorgt ist. Und dazu gehört es manchmal auch, ein klares Wort zu sagen. Hey, hier gehst du einen falschen Weg. Das ist Liebe. Jemanden darauf aufmerksam zu machen und sich unbeliebt zu machen, jemanden auf etwas hinzuweisen, was unangenehm ist. Was vielleicht, ja, eine offene Rüge ist. Ja, vielleicht sogar ein Schlag. Aber wenn es aus Liebe geschieht, dann ist es besser, als die überreichlichen Küsse des Hassers. Wisst ihr, wie Jesus verraten wurde? Mit einem Kuss. Deswegen, wenn Gott uns heute sagt, hey, du bist ein Dampf, dann nimm es nicht krumm. Sondern freu dich an der Liebe deines Herrn, der dir die Wahrheit ins Gesicht sagt. Um dich aufzurütteln, um dich wach zu machen, um dir das weiterzugeben, was er so gerne in dein Herz hineinpflanzen würde. So gerne diese Gewissheit, dass du ohne ihn nichts bist. Aber mit ihm hast du alles. Der Satte tritt Honig mit Füßen, aber dem Hungrigen ist alles bittere süß. Ich musste daran denken, wir haben ja uns mehrfach mit den Süßigkeiten und so weiter beschäftigt. Hier nochmal ein klarer Hinweis. Wenn du einkaufen gehst, dann geh satt hin. Dann guckt dich der ganze Süßigkeiten-Kram gar nicht an. Du denkst so, sogar im Angebot, ach nö, weiß nicht, ich habe jetzt gar keinen Appetit. und du arbeitest einfach deinen Einkaufszettel ab. Fertig. Und du gehst auch am, hier, wie heißt das da, an der Kasse, da leuchten dir ja auch diese ganze, Mensch, hier, du hast die ganzen Süßigkeiten stehen, aber jetzt kannst du mich noch nehmen. Jetzt kannst du mich noch mitnehmen, weil du hast doch so einen Appetit. Nö, ich habe gerade gegessen. Bin satt, brauche ich nicht. Also, Gottes Wort hat ganz praktische Ermutigungen, Hinweise für uns. Wie ein Vogel, der fern von seinem Nest schweift, so ist der Mann, der fern von seinem Wohnort schweift. Brüder, ich sehe diesen Vers hier wirklich als etwas, was uns Männer herausfordert. Wir sind, wir weichen so gerne aus, der Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Anstatt zu unseren Frauen und Kindern nach Hause zu fahren, gehen Männer in die Kneipe. Gott will, dass wir nach Hause kommen, dass wir unseren Mann stehen, dass wir unseren Dienst tun an unseren Frauen und Kindern und nicht, dass wir umherschweifen, weil wir keinen Bock haben, weil wir so überlastet sind, weil wir mal Zeit für uns brauchen. Wenn der Vogel von seinem Nest schweift, was passiert mit den kleinen Küken? Sie werden von der Katze gefressen. Sie verhungern. Sie gehen drauf. Deswegen sagt Gott, ihr Väter, er zieht eure Kinder, er zieht und nährt und zieht auf eure Kinder in der Furcht des Herrn. Ihr seid dafür zuständig, ihr seid dafür verantwortlich. Vers 9. Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz und die Süße eines Freundes kommt aus dem Rat der Seele. Deinen Freund und deines Vaters Freund lass nicht fahren und geh nicht in deines Bruders Haus am Tag deiner Not. Besser ein naher Nachbar als ein ferner Bruder. Hier wird wieder das Lob der Freundschaft angestimmt und damit will ich auch schließen. Geschwister, wir haben heute nicht so viel Zeit, aber wisst ihr, Gott ist es so wichtig, die Freundschaft, die Nähe. Es geht hier, das Wort Freund, was hier steht, das wird in manchen anderen Zusammenhängen, wird es als Nachbar, als Nächster beschrieben. Und so sagt Gott uns, liebe deinen Nachbarn, deinen Nächsten, deinen Freund, wie dich selbst. Kümmer dich um den, der nahe ist. in seiner Notlage, steh ihm bei und das sagt Salomo, ja, das sind die Nächsten, das sind die, mit denen du lebst, die dich lieben und die für dich da sind. Es gibt in Deutschland dieses blöde Sprichwort, Blut ist dicker als Wasser. Die Verwandtschaft ist das Wichtigere als die Freundschaft. Aber Gott sieht es genau andersrum. Er sagt, die Freundschaft, die Liebe ist wichtiger als die verwandtschaftliche Beziehung. Er sagt es auch, Jesus sagt es auch, wenn du, Vater oder Mutter, mehr liebst als mich, dann bist du meiner nicht würdig. Jesus stellt uns vor die Entscheidung und sagt, willst du mir nachfolgen? Er sagt, wer ist meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern? Hier, die, die hier sitzen und das Wort Gottes hören und tun, das ist meine Familie, das sind meine Nächsten, das sind meine Freunde. Und das sagt er auch, guck mal, es wird über Mose gesagt, Gott redete mit Mose wie mit einem Freund. Wisst ihr, und darin erfüllt sich wirklich dieses ganze Thema Freundschaft. Wir lesen das jetzt zum Abschluss in Johannes 15. Ich will gleich Schluss machen. Sorry, Geschwister, ich hatte so wenig Zeit. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Wisst ihr, Jesus behandelt uns als seine Freunde. Er hat sein Leben für uns gegeben und hat uns damit, die wir eigentlich nichts mit ihm zu tun hatten. Wir, die Sünder, wir, die Zöllner. Wie wurde Jesus beschrieben? Als Freund der Zöllner und Sünder. Er hat sich uns zu Freunden gemacht. Er hat sich an unseren Tisch gesetzt und mit uns gegessen, obwohl wir unrein waren. Er hat sein Leben hingegeben für uns, für die Ungerechten, der Gerechte für die Ungerechten, der Heilige für die Sünder. Er hat uns damit Liebe gezeigt. Er hat uns aus unserer größten Not herausgerettet, aus unserer Verlorenheit und Verdammtheit und hat gesagt, ich bin dein Freund, ich liebe dich. Das ist sein Liebesangebot an dich. Hey, ich liebe dich, ich will dein Freund sein. Ich habe alles dafür gegeben. Willst du mir nicht vertrauen und mein Freund werden? Wisst ihr, und noch mehr, Jesus hat uns seine Freundschaft nicht nur darin erwiesen, dass er sich uns hingegeben hat. Nein, er hat seinen Jüngern alles offenbart. Er hat sein Herz geteilt. Hier steht es im Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. offenbart, der Herr des Himmels und der Erde ist unser Freund. Er offenbart uns sein Herz, seine Pläne. Er weiht uns ein in seine Pläne. Er lässt uns sogar mit ihm regieren. Und dann sagt er aber in Vers 14 was, was uns irritiert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ja, schöne Freundschaft. Also ich bin nur dein Freund, wenn ich das mache, was du sagst, oder was? Nein. Weil ich Jesus kennengelernt habe, weil ich erkannt habe, wie sehr er mich liebt, weil ich erkannt habe, wer er ist und wer ich bin. Er ist der Herr, der ewige Gott und ich bin ein Dampf. Deswegen tue ich, was er sagt. Warum? Weil ich ihm vertraue. Weil ich weiß, dass es gut ist, was er mir gebetet. Und was gebetet er mir denn? Liebe deinen Nächsten. Sei ein Freund für jemand anders. Wisst ihr, wir sind alle so sehr auf der Suche nach einem Freund, oder? Nach einem, wo wir uns aussprechen können, der uns versteht, der für uns da ist in der Not. Wisst ihr, wir haben einen Freund. Dieser Freund heißt Jesus. Aber es gibt so viele Menschen, die keinen Freund haben. Und deswegen sendet Jesus zu uns und sagt, hey, liebe du, gebe du dein Leben hin für jemand anders. Zeige ihm diese Liebe, die ich dir gezeigt habe. Teile du dein Herz und das, was du von mir empfangen hast mit jemand anders. Gewinne ihn dazu, dass er auch zu einem Nächsten wird. So hat er das ja auch mit dem barmherzigen Samariter gemeint. Da hat einer ihn dann gefragt, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Freund? Wisst ihr, was er eigentlich gefragt hat, ist, wer ist derjenige, den ich nicht lieben muss? Und Jesus zeigt ihm auf. Das ist völlig falsch gefragt. Wer ist dem zum Nächsten geworden, der unter die Räuber gefallen ist? Der, der Barmherzigkeit an ihm geübt hat, der ihm diese Liebe gezeigt hat, der ist zum Freund geworden, so wie Jesus uns zum Freund geworden ist, indem er sich selbst für uns hingegeben hat. Amen. Amen.